Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ4All. Heute kommt mein zweites Projekt und zwar soll es eine Karte werden, eine weihnachtliche Karte. Und zwar habe ich mir dafür die Grenze, die Stanzformen Herbst- und Winterkränze ausgesucht. Einmal diese Sternenkombination und hier mit den Zweigen. Und dann brauchen wir noch vom Stempel Set schöner Kranz, frohe Weihnachten. Und wie ich das Ganze gestaltet habe, hier ein bisschen Band, Aventurin, Stempel, Kissen und auch unseren Stift. Wie das Ganze vonstatten geht, das zeige ich euch jetzt im Schnellformat. Bleibt einfach dran. ös. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020